Akribisch und kommunikativ, Ingo Freyer ist der neue Mann an der Seitenlinie der MLP Academics Heidelberg. Der ehemalige Nationalspieler kennt sich mit Abstiegskampf aus. In den vergangenen beiden Jahren hat er die Teams aus Weißenfels und Oldenburg zum Klassenerhalt geführt. Er gilt als der Feuerwehrmann der Basketball-Bundesliga. Das ist jetzt so eine Momentaufnahme, die ich gerne nehme. Vor drei Jahren war ich noch der Otto Rehagel des Basketballs, weil ich bei den Vereinen immer sehr, sehr lange geblieben bin. So schnell ändert sich das und ich bin gespannt, was in Zukunft ist. In der Zukunft, also in der kommenden Spielzeit, wollen die Heidelberger noch erstklassig sein. Der Auftrag an Freyer ist damit klar, er soll die Academics in der Liga halten. Die Spieler sind zuversichtlich, denn der neue Trainer macht einen sehr lockeren Eindruck. Ich glaube, Ingos große Stärke liegt darin, dass er eine gewisse Leichtigkeit mitbringt. Er ist oldschool, was ja jetzt, sage ich mal, für mich als alten Hasen ganz gut ist. Wir haben ein paar Ältere dabei mit Niki, mit Elias auch. Aber ja, die Leichtigkeit ist, glaube ich, das, was uns vorher so ein bisschen gefehlt hat. Und das bringt er auf jeden Fall rein, hat er sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, gibt er den Spielern viel Freiheit. Das ist das, was wir brauchen. Denn unter dem alten Übungsleiter Jonas Iserloh hatte das Team einen Negativlauf. Sieben Niederlagen in Folge und letzter Tabellenplatz. Für den Kapitän sind die Gründe des Misserfolgs klar. Ich glaube, dass viele Leute sich nicht bedingungslos dem System untergeordnet haben. Und ich glaube, dass auch der Stil Iserloh, dass man sehr, sehr aufopferungsvoll von der ersten bis zur letzten Minute anspielt, dass man vertraut darauf, dass das, was er sagt und wie dieses Tagging-up-System funktioniert, sehr, sehr wichtig ist. Und wir hatten, glaube ich, dieses Jahr zu viele neue Spieler, die Fragen hatten, die sich unsicher waren, ob das erfolgreich ist. Erfolgreich soll jetzt die Zeit unter Freier sein. Der Sieg beim Debüt des neuen Trainers in Braunschweig macht dem Verein Hoffnung. Doch vor ihm und dem Team liegen noch viel Arbeit. Was man was verändern muss, ist klar. Manche Spieler haben ein bisschen andere Positionen, andere Rollen. Wir haben ein anderes Verteidigungsverhalten, neue Systeme in Offense, neues Konzept in Offense. Das ist sehr, sehr viel, wo du normalerweise sechs Wochen, sieben Wochen in der Vorbereitung für Zeit hast, wo du vielleicht noch bis zum Winter dann das auf 100 Prozent bringst. Da haben wir jetzt nicht so viel Zeit für. Denn kommenden Montag steht schon das nächste Spiel zu Hause gegen den Mitteldeutschen Basketballclub an. Es ist das Team aus Weißenfels, das Freier vergangenes Jahr gerettet hat. Eine besondere Heimpremiere also? Nein, nein, nein. Wir bereiten uns so vor wie vor jedem anderen Spiel auch, ganz, ganz wichtig. Da hätte jetzt auch eine andere Mannschaft kommen können. Das spielt da keine Rolle. Eine Rolle spielt allerdings das Ergebnis. Die Academics wollen wieder punkten, um dem Ziel Klassenerhalt ein Stück näher zu kommen.